So meine lieben NW-Fernandiker da draußen. Herzlich willkommen zum letzten Video bei Mount & Blade of Polyguards, aber nur für 2017. 2018 haben wir mich dann wieder in der Backe. Ja, ich wollte mich nochmal bedanken für dieses grandiose Jahr. Zum Beispiel den Europäischen Infantry Cup war klasse mit euch. Oder die CNWL. Und die ganzen anderen Events, die geworfen gegen das KK und das Waterloo Event. Oder, 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 oder. Es gab so viele schöne Events dieses Jahr, die wir zusammen genießen konnten. Ja, und ich freue mich natürlich auf das nächste Jahr mit euch, der NWL, und natürlich weitere schönen Line Battles gegen andere Regimenter. Und natürlich kriegen Grüße raus an die anderen Regimenter, wie das KTL, das KK zum Beispiel, das 72nd, das erste Rheinisch, das Nummer 6 oder das Nummer 16. Und wie sie noch alle heißen, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich nicht alle nenne. Und ja, ich freue mich einfach auf nächstes Jahr mit euch. Und ja, wenn euch natürlich interessiert, was wir dieses Jahr so für Events hatten, oder für ganze Schlachten oder Line Battles, dann lasse ich am Ende des Videos noch ein paar, sozusagen, die Beschreibung drinne. Da könnt ihr einfach mal draufklicken und dann könnt ihr euch die nochmal angucken. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben dabei, deswegen denke ich, dass sie euch auch gefallen könnten. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes neues Jahr, ne, und guten Rutsch. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder, zu 2018. Bis dahin, euer Mike IV. und denkt dran, haut rein! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Daher, werde ich drauf. Und unten schyało es完unter, da ich daabren tromischen Alten schкт. Das Wasser schrt? Also. Natürlich. Vielen Dank.